Ja hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video, das ist nur so ein kleines Update Shorty Blablabla Video, mehr oder weniger. Ich glaube ihr seid schief. So, ja was wollte ich euch erzählen und zwar einmal das Mysterium aufklären zum Thema Klimaanlage falsch befüllt. Und zwar habe ich ja gezeigt, wo wir die Klimaanlage befüllt haben, wie viel da reingehört. Aber ja, der Aufkleber hier im Gespräch, dass da 825 minus 25 Gramm steht, also plus minus, wie Steffen uns das erklärt hatte, das war ja für den Vierzylinder. Das Ding ist aber, dass ich mir von einem 320 auch in meinem Baujahr, also wo der Motor her war, ein Foto schicken lassen habe, wo das Ganze tatsächlich auch 825 minus 25 Gramm sind. Also in dem Rahmen. Es gibt ein System, wovon ich denke, was vor Facelift, Schrägstrich Facelift oder nach Facelift, wer weiß, ist. Und das kann sein, dass die mit 1025 befüllt wurden oder 1050 sogar. Ist in meinem Fall nicht der Fall gewesen, die Klimaanlage funktioniert, die macht übelst kalt. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viel Grad, ehrlich gesagt. Ich wollte mal so ein Thermometer-Ding holen. Aber habe ich es vergessen jetzt? Ja, auf alle Fälle funktions- einbahnfrei und die kühlt auch richtig schön runter. Wir hatten hier gestern hier 21 Grad oder so und in der prallen Sonne auf der Autobahn, das ist schon angenehm, sagen wir mal so. Ja, was habe ich noch? Und zwar geht es um den Motor da hinten. Ich habe den erstmal eingepackt hier, weil wir uns jetzt erstmal um den Motor quasi an sich kümmern, also um die Karosserie davon. Und dann mit dem hier weitermachen, einzeln, einzeln, allein, um das Budget etwas zu erweitern. Ihr seht schon, eine silberne Front. Die silberne Front ist aufgrund meiner Front, also das ist meine alte Front, die ich mit meinem Kollegen getauscht habe, weil ich damals keine Originale hatte, wo man hier diese Lippe abnehmen kann unten. Ist fürs Folieren halt mega, also schön einfacher und nicht halt so schwer zum Folieren. Das ist die alte, wie ihr ja hier seht, ist da noch ein bisschen blauer Scheiß um rumliegen. Den habe ich gerade nämlich abgezogen. Ich habe das Nierenblech und die Stoßstange abgezogen, weil ich mir das von dem Auto genommen habe. Ist ja alles kostum schwarz gewesen, also konnte ich mir das schön nehmen. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu krass gerade. Ja, und wie alle sagten, ich sollte das schwarz lassen. Guckt euch das mal an hier. So sieht mein ganzes Auto mehr oder weniger zwischendurch aus. Genau wie hier, hier auch, wie ihr das seht hier. Das ist alles nachbearbeitet worden, von mir und vom Vorgänger logischerweise. Weil der Rost weggeht. Also ich bin jemand, ich mache gerne Rost weg. Wenn ich Rost sehe, mache ich einfach weg. Fertig. Ist mir in dem Punkt auch erstmal egal, wie er dann aussieht in dem Moment. Und man kann das ja noch ändern logischerweise. Aber Hauptsache der Rost ist weg. Das ist für mich Punkt 1. Scheißegal, Hauptsache das Auto lebt weiter. Egal wie es in dem Moment erstmal aussieht. Wie gesagt, man kann Aussehen ja auch immer ändern. Das dazu, ja. Also wir werden erstmal den Motor aus dem so in Ruhe rausholen. Da werde ich auch viel erklären. Wir haben morgen noch was vor mit dem Auto. Deswegen auch jetzt das Ganze zusammenbauen. Weil eigentlich hätte ich den ja gar nicht zusammenbauen müssen. Da hätte ich ja gar nicht die Stoßstange dran machen müssen und so einen Scheiß. Aber das hat einen Grund. Dabei das werdet ihr in dem nächsten Video erfahren. Warum und weshalb wir das gemacht haben. Oder ich das gemacht habe jetzt. Aber dazu später. Motortechnisch werden wir, habe ich noch zwei Redostrusionen eigentlich. Und zwar ist das hier die alte Kupplung. Öl habe ich schon abgelassen. Hier ist das Altöl drin. Das bringe ich zurück nach Action, weil hier, das sind Action-Packen, die kann man hier da abgeben. Habe ich euch erklärt, wie das funktioniert. Haben wir abgelassen. Das ist die alte Kupplung. Wer sich ein klein wenig auskennt, sieht, dass das eine Kupplung ist, die keine Torsionsfedern hat. Sprich, wir haben ein Zwei-Massenschwungrad. Da wird die Torsion quasi in dem Schwungrad quasi hier erledigt. Ja, jetzt haben wir das Problem, Umbau auf Einmassenschwungrad oder nicht. Lohnt sich das? Sollen wir das drin lassen und eine normale Kupplung nehmen? Ich habe jetzt geguckt, die Kupplung würde kosten. Round about 80, 85 Euro oder sowas in dem Rahmen. Also nicht weiter großartig Unterschied. Guck mal, wer da kommt. Guck mal, wer da kommt. Das ist Justin, by the way. Ja, müssen wir uns noch entscheiden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Jetzt, ob wir das lassen sollen oder nicht. Ich habe den jetzt schon mal hier auf den Motorsteller gestellt, wie man sehen kann. Ich musste auch neue Schrauben kaufen, damit wir den hier festmachen können. Aber das fällt wunderbar. Ich habe den eingepackt, damit nicht, weil hier von der Decke immer so viel Scheiß runterrieselt. Ein bisschen eingepackt hier, dass er nicht zu staubig wird. Und wenn wir die Teile auseinanderbauen, keine Angst. Die werde ich auch in extra Behälter tun und wegstellen. Alles schön machen, in Öl einlegen und so weiter. Also da haben wir keine Probleme mit. Das ist, glaube ich, kaum. Ja, das war es eigentlich. Ein bisschen Schrott nach oben gebracht. Ein bisschen weggeschmissen und so weiter. Justin, sein Auto ist auch gleich fertig. Mehr oder weniger. Da haben wir ja morgen was mit vor. Deswegen, komm, willst du mal winkeln? Das geht. Und wieder die Chips in der Hand, ne? Ist klar, ne? Ja, gut. Das war es mit dem Video. Willst du noch chill sein? Wo du gerade die halbe Seite hast? Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Nicht vergessen, liken, abonnieren und so weiter. Kennt ihr ja. Egal. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.